Maaan! Wie kann das sein? Ich habe eine neue Gruppe, die heißt Wunderfake Bloxy. Die ist noch nicht jetzt gerade das Beste. Neun members. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne in meine Gruppe rein gehen. Ich werde euch vielleicht auf eurem YouTube-Faktor machen. Bitte kauft es, wenn ich mich machen würde. Ich würde mich wirklich unterstützen. Dann werdet euch vielleicht auch Followern machen. Oh, wenn sie uns... Juhu! 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 Ach, du musst ja Fünf sein! Ach, ich muss ja eine Fünf dafür sein. Juhu! Juhu! Ich muss einfach klicken, klicken, klicken. Keine Ahnung, dann keine Ahnung. Oh, dieser, äh, kurass 1, 2, 3. Ich weiß nicht, wo du willst. Aber ja, Sebastian und Enzile haben gerade entschieden, dass sie mit mir spielen. Also, machst du das Video doch nicht? Ich weiß nicht, der ist wirklich nah. Oh Gott, Enzile, 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 Enzile. What the hell, Antonio? Ich bin im 3D-Modus. Oder auch nicht, dieser, dieser dumme Spieler, der geht mir auf die Nerven. Aber ja, Leute, ich werde wahrscheinlich ein paar zwei machen. Aber danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Ich bin im 3D-Modus.